Hallo ihr lieben Kind, ich freue mich euch heute bei einem weiteren Kinder-Juga zu begrüssen. Wir gehen heute wieder einmal auf eine Abenteuerreise. Schauen wir gerade wo es uns anführt. Liegt ihr für das zuerst auf den Rücken. Macht euch bequem, mit den Füssen aufgestellt oder ausgestreckt. Und liegt ihr am Ende. Gehen wir ein paar tiefe Atemzüge, schnaufe ich es auch weiter und stelle euch dann vor, wie ihr ganz tief schlafen könnt. Einen schönen Traum hängt es. Und so langsam verwacht es. Und dann beginnt ihr langsam an. Ihr könnt euch verstrecken. Und dann beginnt ihr langsam an. Ihr könnt euch verstrecken. Bein strecken. Lass machen. Die Arme nach hinten hoch strecken. Die Seite. Bein strecken. Zechen bewegen. Die Finger bewegen. Und jetzt bist du richtig wach. Und du streckst zuerst einmal die Füße da hoch und die Erne hoch. Machst du dich da nochmal lang. Machst du dich ein wenig schütteln. Und dann einatmen und ausatmen. Und noch einatmen. Schütteln. Alles schütteln. Und ausatmen. Gut. Und wir gehen auf eine Reise. Und für diese Reise müssen wir zuerst einmal die Koffer packen. Und von oben müssen wir noch Sachen abnehmen. Und von oben müssen wir noch Sachen abnehmen. Und vielleicht noch einen Hut von ganz vorne reinpacken. Und von der anderen Seite reinpacken. Gut. Ich glaube das reicht. Dann machen wir den Koffer zu. Und den Reiseverschluss zu. Noch nicht ganz klappen. Machen wir es nochmal. Richtig alles zu machen. Und noch einst. Der Koffer geht zu. Und mit dem Koffer läuft man jetzt los. Und zwar rücken wir für das nochmal unseren Rücken. Und wir laufen los. Die Füße ein wenig bewegen. Und wir kommen mit zu einer Brücke. Wir wollen nämlich einen Haufen. Und an dieser Brücke laufen wir drauf. Und die Brücke geht ein wenig nach oben. Sie bewegt sich. Und jetzt laufen wir. Gut. Füße bewegen. Wir laufen über die Brücke. Und die Brücke schaukelt. So eine Hängebrücke. Können wir es euch vorstellen. Wir laufen drüber. Gut bewegen. Links und rechts. Und dann sind wir auch dran angekommen. Und man sieht schon von weitem ein Schiff. Und das Schiff fährt schon los. Wir können im letzten Augenblick mal drauf kommen. Und jetzt sind wir definitiv auf dem Schiff. Und das Schiff fährt los. Mit dem grossen Motor. Mit dem grossen Propeller. Und bewege ich euch. Wir können mit dem Körper noch ein wenig nach hinten. Dann wird es immer ein wenig strenger. Wenn ihr Lust habt heute. Und auf die andere Seite. Das Schiff fährt immer schneller. Und noch schneller. Und noch schneller. Und es bewegt sich ganz, ganz, ganz schnell. Und kommt. Und das Schiff fährt los. Und jetzt ist es aussen ein wenig anfangen. Und macht noch mal einen tiefen Schiff. Und zwar sind das die Wellen, die jetzt kommen. Die Wellen. Und dann wird sich. Und wir fahren noch einmal nach hinten raus. Wir verabschieden uns vom Land. Wir fahren nach dem Wasser. Und sehen wir noch einmal, wie das sprudelt hinten vom Motor. Es sprudelt und es geht so schnell das Schiff. Und dann verstrecken wir unsere Beine und versuchen so zu bleiben, lösen. Und dann kippen wir ein wenig nach hinten und bringen die Füße nach oben. Und kommen wieder nach vorne. Auf dem Schiff schauen wir ein wenig nach unten und schauen, was da so ist. Und man sieht vor allem etwas, das grosse Meer aussen. Man sieht die Welle, wie sie sich bewegt. Kommt einatmen nach oben und möglichst lang. Und ausatmet, gehen wir in die Welle hinein. Stellen wir euch vor, wie sich die Welle bewegt. Riesengrosse Welle. Und auf einmal seht ihr in einer dieser grossen Welle ein Delfin. Legt hier den Vögelchen im Unterarm. Und wie im Hut bringt ihr das Vögelchen nach oben. Und der Delfin springt. Und er springt. Und springt. Und ich schaue dem Delfin ein wenig zu. Und dann nach oben. Und wieder runter geht. Und dann macht er einen riesigen Up. Und bleibt den Moment einfach in der Luft oben. Er bleibt und bleibt und bleibt. Und dann plötzlich taucht er wieder ab. Auch der Delfin muss sich ein wenig verschnaufen. Und wir denken, wie könnten wir am nächsten zu dem Delfin kommen. Und dann sehen wir in den Ecken des Boots ein Surfbrett stehen. Wellenritten. Genau. Das machen wir. Wir legen uns auf das Surfbrett. Und paddeln. Paddeln. Paddeln noch ein wenig mehr. Und weiter. Gut. Und wir sehen den Delfin, wie er kommt. Und er kommt wieder nach oben. Und wieder zurück. Und er kommt nochmal nach oben. Und wieder zurück. Und er kommt nochmal nach oben. Und wieder zurück. Und wir legen uns nochmal ab. Wir gehen nochmal auf das Surfbrett. Und paddeln noch ein wenig. Und jetzt schauen wir, was für eine Welle das kommt. Wir wollen diese perfekte Welle verwischen. Schaut. Und jetzt sehen wir eine. Oder paddeln. Jetzt muss es schnell gehen. Jetzt paddeln. Schnell. Gut. Und die Welle kommt. Und wir stehen auf. Können auf die Knie. Und aufstehen. In Helden. Wir fahren im Helden aus der Welle. Richtung Insel. Und es geht ein wenig hin und her. Und das Surfen haben wir voll im Griff. Wir surfen. Und der Delfin kommt neben uns. Und jetzt kommen wir wieder zurück aufs Surfbrett. Und liegen nochmal unten. Jetzt machen wir schnell eine Pause. Ist das schön, auf dem Meer die Sonne scheint. Der Delfin kommt neben uns oben. Und wir geniessen es. Wir geniessen es so richtig. Und jetzt hören wir, dass da hinten wieder eine Welle kommt. Und wir nehmen nochmal eine Welle auf. Und wir schauen nochmal. Welle. 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 Gut. Die können wir wieder nach unten. Und los. Auf die Knie. Und die anderen Beine nach vorne. Und wir surfen wieder im Helden. Wir bewegen uns mit der Welle. Wunderschön. Auf dem Meer. Und wir geniessen es. Und wir kommen wieder zurück aufs Surfbrett. Und wir sind wieder ein wenig im Surfbrett. Und wieder ein wenig hin und her. Und auf einmal sehen wir etwas im Wasser. Ein Hähnisch. Ein Hähnisch. Wir sehen die Flossen vonhause. Wie er herumschwadert. Um uns herum. Und auf einmal kommt der Delfin. Der Delfin macht uns schön Luft auf der Seite. Und sagt dem Hei. Er soll wieder gehen. Und bewegt sich. Und runter. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und was macht der Hei? Dann Hei ist es zu blöd. Und er geht wieder. Und zieht es davon. Und die Hähnisch. Und die Hähnisch. Und die Hähnisch. Und die Hähnisch. Und links nach rechts. Und die Hähnisch. Und weiter hinten. Füllen. Und wir liegen immer noch auf dem Surfbrett. Und wir schauen noch etwas hin und her. Und jetzt bekommen wir definitiv Pause. Denn daheim ist weg, Delphi hilft uns, er ist nachher vor bei uns. Und wir schlafen jetzt. Wir geniessen die Sonne, das Meer. Merken wir, wie der ganze Körper warm wird. Wie es sich einfach schön, wohlig anfühlt, in der Sonne zu liegen. Das Schaukeln der Welle zu spüren. Die frische Luft, die ihr einatmen könnt. Vielleicht wisst ihr, wie es schmeckt, wenn es nach mir schmeckt, mit Salz. Nach frischem Duft, nach Blumen, Sonne. Und wir schmeckt vielleicht auch noch den Delphi, der immer noch neben uns herrscht. Auf einmal, wir kommen immer näher an die Insel. Genau dort, wo wir hinzugehen. Und auf einmal, sehen wir etwas am Strand liegen. Und wir gehen, paddeln dort hin. Und dann nehmen wir die letzten Zeuge. Und sehen an diesem Strand einen riesen, grossen Kristallstein. Wir gehen hin. Wir gehen hin. Und schauen wir ihn genau an. Er funkelt. Er ist wunderschön. Er ist wunderschön. Wir nehmen ihn nochmal hoch. Wir stehen auf. Er ist fast ein wenig zu schwer. Wir legen ihn nochmal ab. Er funkelt. Und wenn ihr ihn seht, könnt ihr euch vorstellen. Ein wunderschöner Kristallstein. Und wir schauen ihn von oben nochmal an. Und laufen wieder um. Was ist das echt? Was will er denn heute? Ich habe noch nie in meinem Leben so wunderschönen Kristallstein gesehen. Dann gehen wir nochmal von näher wo anschauen. Wunderschöne Stelle. Und er legt uns ein wenig neben Steinen. In Sand, wenn wir noch ein wenig müde sind vom Paddeln, strecken wir uns einmal. Wir machen uns jetzt gerade mal noch keine Gedanken, was das Steinen möchte. Und bewegen uns ein wenig. So wie grässer im Wind. Ein wenig auf die Seite. Ein wenig bewegen. Noch mal die Handgelenke und die Fussgelenke bewegen. Lang machen. Und wir lassen uns den Stein aber gleich nicht los. Und auf das Mal kommt ein grosser, grosser Krebs zu laufen. Und sagt, dass der Stein gestohlen worden ist. Und dass wir den Stein zurückbringen müssen in eine Höhle. Und er läuft noch ein wenig nach unten. Und er sagt, es sei ganz schlimm, wir müssen möglichst schnell den Stein zurückbringen. Weil dieser Stein, wenn der nicht in dieser Höhle ist, hat die Insel, auf der wir gerade sind, keine Lebenskraft mehr. Und dann können die Tiere nicht mehr hier leben. Und die Pflanzen können nicht mehr leben. Wir müssen ganz schnell vorwärts machen. Und so geht er wieder. Er geht wieder vor. Und wir sitzen dort an den Strand und denken, okay, das klingt irgendwie gefährlich. Dass so ein Stein, der zwar wunderschön ist, aber so eine grosse Macht hat. Und in dem Moment, wo wir uns da so unsere Gedanken machen, kommt ein Puppenkeitsfliegen. Mit seinen wunderschönen rot-gelb-blauen Federn. Und er sitzt neben uns und sagt, dass der Krebs recht weit ist. Wir müssen den Stein in die Höhle zurückbringen. So schnell wie möglich. Ja gut, dann machen wir das. Wir packen den Stein und laufen los. Wir laufen los. Es ist recht und dicht, der Dschungel auf dieser Insel. Und wir müssen ein bisschen drüber laufen. Mit dem Stein, das ist noch ganz schön schwer. Laufen drüber. Und wieder ein bisschen schneller. Ich will langsam verjoggen, weil irgendwie, wenn wir, dass der Stein möglichst schnell in die Höhle kommt. Und laufen wieder. Und jetzt kommen wir an den Felsen. Was machen wir jetzt mit dem Stein? Ah, wir haben ja nur den Rucksack. Wir haben ja ihn gepackt. Dann legen wir ihn nach hinten hinein. Und kledert hoch. Kledert die Stein unter dir hoch. Der steile Felsen hoch. Genau. Und wir kommen weiter runter. Und wir sehen als erstes eine grosse Höhle. Die Höhle ist riesig. Und wir gehen da mal rein. Und schauen, was es da hat. Und wir sehen, dass es als erstes ganz viele von diesen kleinen Edelsteinen hat. Und unser Edelstein, den wir mitgenommen haben, hat das schönste Plätzchen. Und wir bringen ihn zurück. Wir stellen ihn hin. Und in dem Moment, wo wir ihn hin stellen, wird alles ganz in ein goldiges Licht gepackt. Die ganze Höhle erstrahlt. Und wir schauen uns das Licht an. Und freuen uns, dass wir es geschafft haben, den Edelstein zurückzubringen. Wir gehen wieder aus der Höhle. Und in dem Moment kommt wieder der Papagei. Er lässt sich Zeit. Er kommt mit seinen grossen Flügel hinzufügen. Er sitzt da und bedankt sich bei uns, dass wir das vollbracht haben. Und dass jetzt die ganze Insel nicht nicht mehr leblos ist, sondern dass sie wieder Lebensenergie hat. Und dass alles wieder fliesst. Dass die Blumen wieder spriesen können. Dass die Lebewesen, die Tiere wieder leben können. Und alles wieder in den gleichen Licht ist. Und für das möchte ich euch jetzt noch eine Geschichte vorlesen. Legt euch doch um die Lücken. Entspannt. Nehmt ein paar tiefe Atemzüge. Jetzt stelle ich euch vor, wie ihr vor der Höhe aussen jetzt liegt. Und das geniesset, dass ihr so etwas geschafft habt. Ich denke noch mal an die coole Reise. Wenn ihr einen Delphin gesehen habt. Einen Krebs. Und wir sind surfen. Auf einem grossen Boot mitgefahren. Ich erzähle euch eine Geschichte von der Edelsteinhöhle. Vor vielen tausenden Jahren begann der grosse Kristall in dieser Höhle zu wachsen. Er wuchs und wuchs, bis er so gross war, wie er es heute ist. Schau ihn dir genau an. Er ist kristallklar und strahlt von innen heraus. Er ist ganz kraftvoll und hat eine wichtige Aufgabe auf unser für uns Erdenbewohner. Er ist wie ein Staubsauger. Er kann negative Energien wie Wut, Hass, Neid, böse Worte und Gedanken, selbst Krankheiten in sich aufnehmen und auflösen, sodass sie nicht mehr da sind. Tag und Nacht tut er das für uns. Du kannst jederzeit an diesen Platz kommen. Berühre den Kristall und bitte ihn, dich zu reinigen. Es ist, als würdest du baden und wieder ganz sauber und frisch werden. Du fühlst dich dadurch gut, gesund und aufgeladen mit vieler neuer Energie. Sieh dich nun weiter in der Höhle um. Viele andere funkelnde und bunte Steine wachsen hier. Welcher der Steine gefällt dir am besten? Welche Farbe hat er? Welchen möchtest du gerne in die Hand nehmen? Schau, wie er genau aussieht und wie er sich anfühlt. Möchtest du den Stein mitnehmen? In deine Hand legen? In deine Tasche? An eine Kette? Passe gut auf ihn auf. Wisse, dass er immer mit dir ist, dich unterstützt, gesund und fröhlich sein lässt. Zu jeder Zeit kannst du ihn bitten, dir zu helfen, sodass du dich rundum wohlfühlst, glücklich und gesund bist. Nimm den Stein mit. Lass ihn Tag und Nacht bei dir sein. Und bedanke dich jetzt dem grossen Kristall, den wir heute gefunden haben. Und dass wir ihn kennenlernen dürfen. Und wir verabschieden uns mit einem Lachen. Mit einem ganz tiefen inneren Lachen. Und wir können auch noch winken. Wir können dich einfach vorstellen. Wir sagen Tschüss an der Höhe. Wir verabschieden uns von unserer Reise. Und so kannst du zwei, drei ganz tiefen Atem zurücknehmen. Bis in den Bauch runterlaufen und alles wieder loslassen. Und dann kannst du langsam wieder verabschieden. Bis in den Bauch runterlaufen. Bis in den Saale Vorstehen, die Führersen, die Hände und die Bewege. Lass deine Hände nochmal auf den Bauch und kommst dann ins Sitzen. Danke vielmals, dass du mit mir Yoga geübt hast. Ich freue mich auf ganz bald und hoffentlich, dass wir uns das nächste Mal ein bisschen näher sehen, als ihr hier bei mir seid. Dann können wir auch noch etwas länger üben und noch etwas anders. Aber so können wir schon mal zu Hause wieder etwas machen. Macht's gut und bis bald!